Heute ist der Socke Nummer 9 an der Reihe und so wo ist es suchen müssen wir nicht erleuchtet hier auch schon auf was ist drinnen bin gespannt und es ist ich hab's mir schon irgendwie gedacht muss ich auch sagen dass es zu betrieben doch ihr geht mal mal drinnen sein wird nur auf 25 Supernümer sind also drinnen im alten allerersten Socke waren ja bereits 15 Supernümer drinnen jetzt steigert sich ein bisschen irgendwie traue ich mich was zu sagen dass irgendwo noch mal Supernümer trennen sein wird nein ich muss kurz sagen ob das so nötig ist dass man dann noch mal Superdünger reinhaut ja wenn er irgendwo dann noch mal in einer Socke 20 30 Superfutter dann irgendwo drinnen sein werden dann freue ich mich schon muss ich sagen ähm aber Superdünger brauche ich nicht Superfutter da eher mal schauen ob das dann auch noch irgendetwas trennen sein wird bin gespannt was sagt jeder zu vielleicht brauchte ja gerade Superdünger dann schadet's nicht ich persönlich brauche es nicht unbedingt hätte er wird anders auch drinnen sein können wir mal schauen was sich da denn alles dann noch verstecken wird ja morgen Ena geht's weiter mit Türchen Socke Nummer 10